Ja Freunde, Sonntag, es ist draußen warm, 28 Grad. Ich bin gerade mit dem Rad unterwegs und mache eine kurze Pause. So, wie ihr sehen könnt, hier ist es herrlich. Das ist gleich neben der Straße und hier pfeift irgendwo ein Vogel, was der absolute Hammer ist. Und ja, es ist einfach geil. Das Wetter ist heute trotz der Wolken am Himmel herrlich und ich kann sagen, holy shit. Ein paar Fotos habe ich hier auch noch gemacht von den vielen Pflanzen. Die werde ich dann nachher auf Instagram und auf Facebook sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Wie gesagt, morgen ist für mich Arbeiten wieder angesagt. Und in dem Sinne, genießt den Tag noch. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.